Köln 50667, Hollywood-Daststelle kommt neu in die Soap. Dominik Kowalski hat bereits Erfahrungen in der Traumfabrik gesammelt. Jetzt geht er zu Köln 50667. Wie Bild berichtet, wird Dominik Kowalski, 38, ab dem 1. September als Vince in der RTL 2 Delhi Köln 50667 zu sehen sein. Die Ex-Freund der RTL-Moderatorin Nina Mogadam, 38, hat sich am Set der Serie quasi nach oben gearbeitet. Noch vor ein paar Jahren war er als Fahrer bei der Produktion engagiert. Danach arbeitete er erfolgreich als Stuntman. In Deutschland für Moritz Bleibtreu, 49, und Tom Beck, 42, in Amerika sogar für richtig großen Namen. Köln 50667, Dominik Kowalski spielt Vince. Ich habe Orlando Bloom in mehreren Filmen als Stuntman gedaubert, erzählte er Bild. Mit dem Hollywoodstar sei er sehr gut zurechtgekommen. Das lag bestimmt auch daran, dass ich nicht so ein Fanboy bin, der die Leute anhimmelt. Übrigens hatte auch sein erster Drehtag bei Köln 50667 mit Feuer und Action zu tun. So habe ich mich total in meinem Element gefühlt.